Da kommen sie raus und da beginnt die neue Ära. Vor allem ist es im Vergleich zum letzten Jahr auch wirklich ein wirklich schöner Trainingsauftakt, weil die meisten Spieler da sind. Klar, Luis Gustavo, Dante sowie Javi Martinez sind noch beim Confed Cup, den wir ihn ja auch übertragen. Aber die deutschen Nationalspieler sind allesamt dabei. Ja, Hermann Gerland als erster. Und da ist der Tiger, der als erstes rauskommt. Auch das ja durchaus ein Zeichen. Ich finde aber auch dieses Team hier um Hermann Gerland und Pep Guardiola herum, ist auch nicht, glaube ich, viel kleiner als das Team von Jürgen Klinsmann damals. Hände in den Hosentaschen und dann hier Philipp Lahm zusammen mit Hermann Gerland. Ja, das ist einer fürs Herz. Der Gerland, der hat hier natürlich auch alle Spieler erobert. Hermann Gerland, ein Urgestein. Kommt ja eigentlich aus Bochum. Aber in der Zwischenzeit ist er, glaube ich, im Herzen ist er in der Zwischenzeit schon auch so ein bisschen Bayer. Na, ich glaube, das würde er abstreiten. Er ist Bayern München, aber er ist eindeutig Westfale. Ich glaube schon, dass er das eher so sieht. Der Mann, mit dem sich Pep Guardiola eben unterhalten hat, das ist der Fitnesstrainer. Das ist der, der für die körperliche Grundverfassung sorgen wird. Und Lorenzo Buenaventura an den etwas längeren Haaren gut zu erkennen. In der Zeitung stand Winnetou-Verschnitt. Deswegen erkennt man den Linken da mit den längeren dunklen Haaren. Vielleicht kann man den da besser erkennen. Auf jeden Fall setzt er sich von Guardiola jeden Scoot ab. Vielleicht kann ich Ihnen noch sagen, bevor es so richtig losgeht, welche Spieler denn alle dabei sind. Da fehlen natürlich jetzt Alaba Manzukic, Van Beuten, Robben, Shaqiri, Pizarro, die da beim Convict Cup noch teilgenommen haben mit Martinez, Dante und Gustavo. Und verletzt sind noch Götze, Badstuber und Schweinsteiger trainiert, auch vielleicht mit angezogener Handbremse. Der hat ja eine Sprunggelenks-OP hinter sich. Der hat ja noch eine Operation, eine kleine, um das, was vor anderthalb Jahren passiert ist, dann endgültig wieder zu richten. Also das heißt, dabei sind beim ersten Training Lahm, Neuer, Ribéry, Müller-Kroos, Gomez ist immer noch da. Können wir nachher nochmal drüber reden, Uwe, ob er noch lang da ist. Boateng, Rafinha, Contento, Kirchhoff, Starke, Can, Weiser, Reda, Weihrauch und Heubjernk. Ja, das ist zum Beispiel einer, der es vielleicht packen könnte, aber der Kader ist natürlich gigantisch. Also Hermann Gerland hat letztens auch im Interview gesagt, dieser Pierre Heubjerk, der Däne, das ist normalerweise einer, der es in den früheren Jahren immer geschafft hätte, aber jetzt ist der Kader des FC Bayern halt so exorbitant stark, gerade auch im defensiven Mittelfeld. Aber den habe ich schon vor dem Jahr, habe ich den im Vorbereitungsspiel gesehen. Also der ist immer noch, was ist er denn, ist er jetzt 18? Ich glaube, 18 ist er jetzt und, nee, im August wird er 18. Schlappiger 18. Und, also der sah vor dem Jahr eigentlich schon aus wie ein 23, 24-Jähriger, also das ist körperlich voll ausgebildet. Das ist ja auch ungewöhnlich. Heute Morgen um 8 Uhr gab es noch einen medizinischen Check hier in München im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Das war so in Dreiergruppen. Zweieinhalb Stunden wurden die ganzen Jungs intensiv, internistisch durchgecheckt. Also das geht nicht erst jetzt los mit dem Training, sondern es ging heute Morgen schon los um 8 Uhr. Und was wir auch gelesen haben, es gibt in der Zwischenzeit oder in der nächsten Zeit eine Frühstückspflicht beim FC Bayern München. Unter Jupp Heynckes ging es ja meistens los um 10 Uhr das Training. Und bis halb 10 mussten sie spätestens da sein. Und jetzt ist zu hören, dass unter Pep Guardiola die Jungs schon spätestens um 9 Uhr da sein müssen. Und dann gibt es ein gemeinsames Frühstück, weil nämlich der Katalane sehr großen Wert auf die Ernährung legt. Sieht man ja auch, schlank, rank, topfit. Und die Ernährung spielt, glaube ich, im Hochleistungsfußball eine immer größere Rolle. Und deswegen legt der Pep viel Wert auf Kalorien, Vitamine. Wahrscheinlich müssen sie auch mehr Fisch als Fleisch essen. Salate, Tag und Nacht Salate. Wieder ein etwas längerer Tag an derselben Straße. Das hat Dirk Kliemanns-Mann damals ja auch eingeführt. Vielleicht liegen irgendwo ja auch noch die Bücher rum. Ich habe mal irgendwo gesehen bei Kliemanns-Mann damals. In Einrichtung von toskanischen Landhäusern. Ich weiß nicht, welcher Fußballprofi sich sowas anguckt, aber okay. Hier unten haben wir übrigens Mario Gommes und den Neuzugang Jan Kirchhoff. Kirchhoff hat die ehemalige Wohnung von Gommes übernommen in Schwabing. Was heißt das? Ja, dass er da jetzt wohnt. Nein, nein, heißt aber noch nicht, dass er Gommes... Ja, aber Gommes ist schon einen Tick früher umgezogen, hat ja eine neue Beziehung. Und also das spricht jetzt nicht unbedingt zusätzlich dafür, dass er gehen wird. Aber ich glaube, das Thema haben wir ja schon angeschnitten, er spricht einiges dafür, dass Gommes gehen wird. Was mich überrascht ist, dass immer wieder der AC Florenz genannt wird. Normalerweise müssten Top-Klubs wie die Engländer, wie ein Juventus Turin, auch ehrlich gesagt Real Madrid oder der FC Barcelona einfach zuschlagen, wenn so ein Mann mit so einer Trefferquote auf dem Markt ist. Also gerade Real und Barca, die haben im letzten Jahr bis auf die beiden Superstars, Ronaldo respektive Messi, ja keine Stürmer gehabt, die mehr als 10, 12 Tore gemacht haben. Eintrittszahlen, die haben wir eben hier kurz das Putzen unterbrochen. Also es sieht so aus, als ob die hier für die Fenster der VIP-Logen zuständig sind. Du meinst, da sind eine Flutopfer von 10 Euro in Gang bei den zwei, ne? Ja, so sieht es auch aus. Nein, weil die normalen Zuschauer dürfen ja auch nur in den Unterrang, aber ist auch nett. Das ist doch mal eine schöne, wahrscheinlich ist es auch gewerkschaftlich erlaubt, eine Pause. Und dann kann man doch mal drauf rauskommen. Ich wollte aber nur sagen, ich finde es genau richtig, dass die Bayern jetzt einen neuen Trainer haben mit Guardiola. Ja, weil sie müssen jetzt einen neuen Reiz setzen. Bei einem Gewinn von Triple müssen sie jetzt irgendwie versuchen, da wieder neue Reizpunkte zu setzen. Und was ist ein besserer Reizpunkt als Guardiola? Und da werden die Spieler jetzt wieder Vollgas geben. Ich glaube, wenn jetzt Jupp Heynckes weitergemacht hätte, es wäre für die Münchner schwieriger geworden, als jetzt unter einem neuen Trainer, ob der jetzt Guardiola oder Sepp Müller oder Sepp Maier heißt. Ja, Thomas, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, aber ich gebe dir mal ausnahmsweise zu 100 Prozent recht. So, jetzt, das war es für mich. Uwe macht jetzt alleine weiter. Ich habe alles geschafft. Na, ich bin wirklich gespannt. Also, das ist wirklich, das Krippelige an der ganzen Kiste ist wirklich, wie er mit diesen Stars umgeht und wie die erste Mannschaft ausschaut. Ich glaube, ich glaube, dass er mit einer Sechsen nur spielt, Uwe. Was meinst du? Ich glaube, dass er keine Doppelsex spielen lässt. Ne? Glaube ich nicht beim Personal. Also, wir spielen ja bei den Bayern auch im letzten Jahr, wenn wir genau geguckt haben, dann haben sie ja nicht mit dieser klassischen Doppelsex gespielt. Schweinsteiger war immer der etwas Offensivere, der auch irgendwo, ja, der war eigentlich ein Achter, für meinen Geschmack nach. Und insofern wird sich das annähern, das sind Nuancen. Und klar, wir alle mögen es, wir Kommentatoren als Sicherheit auch vorneweg, dieses Raufklatschen der Spieler aufs Feld. Wie ist die taktische Formation? Das ist, das sind rechts Badstuber, Holger Badstuber ist auch da, das ist schön. Mario Götze wird natürlich bedeutend früher wieder eingreifen können. Bei Götze rechnet man damit, dass er zum Saisonauftakt zur Verfügung steht und auch wieder fit ist, Holger Badstuber. Da muss man einfach die Daumen drücken. Also, das ist eine Knieverletzung, die ist bitter, bitter. Er wird insgesamt gut zwei Jahre fehlen. Und die Weltmeisterschaft 2014 ist für ihn jetzt schon abgehakt. Das ist schlimm, das ist schlimm. Mario Götze hat mit dem Muskelbündelriss, diese seltsame Geschichte, vielleicht zu früh mit dem Training angefangen wieder, weil er die wichtigsten Spiele da noch mitmachen wollte, vielleicht noch das Champions-League-Finale, kann man verstehen. Das ist ein wichtiges Spiel, ja. Aber das war natürlich unglücklich insgesamt. Vielleicht eine neue Trainingsform, ich weiß nicht. Also, ich war jetzt schon ein paar Monate nicht mehr an der Säbener Straße. Aber es heißt ja auch, Pep Guardiola lässt sich immer wieder was Neues anfallen. Und die spanischen Journalisten haben auch gesagt, sie haben mit den Spielern gesprochen vom FC Barcelona. Da war kein Training langweilig, immer wieder was Neues überlegt, immer kreativ und deswegen sind die Spieler auch immer wieder gerne zum Training gegangen. Das ist ja das A und O irgendwie auch beim Profifußball, dass es nicht langweilig wird. Ja gut, das jetzt entgegenkommen, zurückspielen, das sind ja alles kleine Spielformen. Das ist ja auch noch nichts, wirklich zum Einstudieren. Und das wird im Trainingslager am Gardasee, glaube ich, dann eine andere Schlagzeile hinter verschlossenen Türen dann teilweise sein. Aber wir müssen ein bisschen aufsaugen. Wir müssen doch gucken, ob wir irgendwas Neues finden hier. Sondern die Leute wollen doch irgendwas Neues sehen. Na zumindest, das ist ja schon mal neu, das ist ja fast grün, die drei Streifen an der Trainingsjacke. Grün beim Bayern München, also habe ich auch noch nicht gesehen. Die Hoffnung. Ist nicht grün die Hoffnung? Die Hoffnung auf den nächsten Dribbel. Ganz wichtig und viel Wert legt der Guardiola auch auf den Rasen. Er muss ganz, ganz kurz geschnitten sein. Also richtig kurz, muss immer gewässert sein. Und zwar weshalb, Uwe? Ja, weil dann natürlich technisch bessere Mannschaften sich den Vorteil holen, weil sie mit schnellen Kombinationen dann einfach den Gegner noch besser auseinanderziehen können. Und das haben wir ja gesagt, er steht auf Dominanz. Er ist das NuKamp gewohnt, das wohl größte Spielfeld, nicht nur größte Stadion Europas, sondern auch größte Spielfeld Europas. Das ist ja riesig, gerade auch von der Breite her. Und das kam damals seiner Spielweise, Ballbesitz, schnelle Kombination mit diesen Iniesta, Xavi und Messi natürlich da noch zusätzlich entgegen. Ich möchte mal wissen, sind die jetzt immer noch so richtig ehrfürchtig? Auch diese Riberis und Gommes und Lahms, weil der jetzt da unten steht? Oder meinst du, das machen die hier so ganz cool, stecken die es mal weg und denken sich, oh, schön, dass er da ist, aber er ist auch nur ein Mensch, er ist auch nur aus Fleisch und Blut. Und der muss erst mal zeigen uns, dass er genauso gut ist wie der Jupp, der Pep. Ich glaube, es ist vor allem Vorfreude. Ich glaube, dass die Spieler wirklich neugierig sind. Was hat dieser Typ drauf? Dass er Charisma hat, dass er Ausstrahlung hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, spätestens seit letzten Montag, als er dann auch auf Deutsch sprach. Ich glaube, das ist das Vorrangigste. Ich glaube nicht, dass sie jetzt nervös sind oder ehrfürchtig. Dazu sind sie zu selbstbewusst. Ein Spieler von Bayern München hat selbstbewusst zu sein und weiß um seine Klasse. Sie sind Champions-League-Sieger, Meister, Pokalsieger. Kein Grund, hier irgendwo ängstlich oder ehrfürchtig zu sein. Aber diese Neugierde, diese positive Neugierde, das ist, glaube ich, das, was den Kader so ein bisschen durchströmt. Jedenfalls, ich sage mal, so wäre es bei mir, wenn ich es damals geschafft hätte, auf dem Niveau zu kicken. Warst du schon in der Richtung wenigstens ein bisschen? Oder gar nicht? Ein guter Amateur-Kicker wahrscheinlich. Ja, also da, das ging schon. Naja, das treibt sie jetzt auch an. Diese Neugier, glaube ich, treibt sie auch an. Und deswegen ist dieses Triple auch nicht für die Motivation, jetzt so schlimm, dass es runtergeht. Deswegen glaube ich auch, dass das alles auf einem guten Level bleibt bei den Münchnern. Weil diese Neugier und diese Ehrfurcht und dieser Wille, dem Trainer das jetzt auch zu zeigen, was man kann, ich glaube, das treibt sie an. Ist ja auch ein Riesenunterschied zu manch anderen Champions-League-Siegern der Vergangenheit. Chelsea letztes Jahr, 2010 Inter Mailand mit Mourinho. Das waren jeweils größtenteils richtig alte Kader. Spieler, die über Jahre diesem Titel hinterhergelaufen sind und ihn dann im Späthebst der Karriere bekommen haben. Dass man dann es mal schleifen lässt, die nächsten zwölf Monate, das ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Aber bei Bayern München ist ja die Altersstruktur gigantisch. Da ist ja, wo sind denn die Spieler über 30? Die gibt es ja überhaupt nicht. Bis auf Pizarro fällt mir da jetzt überhaupt keiner ein. Und Van Beuthen noch. Ja, aber Lahm, Lahm und Leverie und so. Ja, 29, aber da hast du doch noch. Allein auch, weil sie mit der Nationalmannschaft noch was holen wollen. Also ich glaube, für drei, vier Jahre auf aller, allerhöchstem Niveau, ohne irgendein Nachlassen, sind die alle mal gut. Und sie kriegen ja auch Druck von weiteren jungen Spielern. Also, wie gesagt, für mich Bayern München so gut aufgestellt wie, ja, eigentlich noch nie. Denn damals in den 70ern, als sie dreimal hintereinander den Landesmeisterpokal gewannen, da sind sie nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft ja auch in ein Loch gefallen in der Liga. Haben für sechs Jahre, 74 bis 80, den Meistertitel nicht geholt. Waren teilweise, ich glaube, einmal nur Zehnter. Also das wird mit dieser Generation definitiv nicht passieren. Ja, aber so insgesamt müssen die Bayern schon ein bisschen aufpassen. Also ich sage, wenn die Riberis und Lahms, die kommen jetzt auch so an die 30 hin dann, so allmählich müssen sie dann mal an, ja, auch überlegen, in den nächsten zwei, drei Jahren, wie man dann diese Leistungsträger auswechselt, ersetzt. Das wird schon eine interessante Geschichte. Das dürfte noch in der Guardiola-Zeit passieren. Absolut. Dass man da an die nächste Generation denkt. Schon dafür ist ja auch ein Mario Götze geholt worden. Also der auf allerhöchsten Niveau. Und ja, der ist ja noch nicht fertig. Also um den anderen da nicht nur Druck zu machen, sondern sie zu machen.